Nun werden wir zeugen, wie die Letzte aus dem Kreis des Blutes erstrahlt. Aber warum hab ich es? Was, du meinst, ist passiert? Wieder? Gwendolyn ist die Zeitreisende. Sie ist der Rubin, auf den alle gewartet haben. Du bist einzigartig. Du bist der Rubin. Außerdem ist der Gwendolyn das Tier der Rabe zugeordnet, was eben auch noch darauf schließen lässt, dass es eben was Mystisches, Geheimnisvolles, Witzig trägt. Gwendolyn ist ein heutiges Mädchen, das in verschiedene Zeiten und verschiedene Situationen reingeworfen wird. Erstmal ist Gwendolyn total unvorbereitet. Sie kann nichts, ist sehr tollpatschig. Aber ihre Stärke ist dann eben, dass sie bei dem Ganzen menschlich bleibt und auf ihr Herz hört. Sie ist eben mehr so der kleine Rebell quasi so in der Familie. Ich muss rausfinden, was mit mir passiert und wofür das gut ist. Halt, wenn du ausbörst.